hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren part von digimon story ich habe zwei cases noch gefunden also das war eigentlich das case was schon da war und die beiden habe ich extra noch gefunden ich hoffe es ist okay wenn ich so ich nicht jetzt gezeigt habe oder zum kaffee dort machen war okay auf geht's kaffee so und wieder da rein connect jump genau wir müssen in diesem laptop wahrscheinlich schon so umstehe mal rein da ist ein tentomon warum ist da ein tentomon ein die will beide haben ohne scheiß die will ich beide haben nach gaga 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 mon bist du schwach also wir haben das erste mal über 999 damage gemacht das ist eine kiste Zuerst Käste öffnen. Woodmon haben wir schon mal. Das ist schön. Gavagamon ist gleich wieder schon tot. Alter, wie der einfach keine Schnitte hat gegen uns hier. Ich freue mich schon auf mein erstes Mega-Level-Gee-Man. Mal sehen, wer es wird. Also ich glaube, Peldromon ist schon gut dabei, der Erste zu werden, der gemegert wird. Gemegert. Na, hier geht's runter. Wo geht's auch irgendwo hin? Woodmon! So viele. Dich kennen wir schon. Hau ab! So. Damit haben wir auch fast keine Attacken mehr. Peldromon zum Beispiel hat nichts mehr an Attacken. Der kann jetzt nur noch ein normal angreifen. So. Boah, das ist ein guter Ort zu trainieren. Ein verdammt guter Ort zum Trainieren. Hier gibt's noch zwei Ebenen, wo man hinkam. Plant Guard. Und jetzt noch eine Kiste. Okay, wo führt das hin? Ah, das führt da hin. Okay. War mir klar, dass das andere dann der richtige Weg ist. Klar können wir die Wall- Äh, Wall-Cracken. Elektrik Guard. Ah, noch einmal, Wagamon. Dann haben wir dich auch. Stun! Komm! Ach komm, schade. Aber er kommt trotzdem nicht mehr. Stimmt, weil Peldromon ein Level-Up gemacht hat. Hahaha. Gerade rechtzeitig. Hier könnte man wirklich gut leveln. Was ist? Ah, Form One ist... Completed. Jetzt krieg ich wieder eine halbe Stunde krieg ich da die Info. Okay, dann gehen wir mal zur Farm. Gehen wir mal die Farm. Äh. Genau, gehen wir mal die Farm erweitern. Okay. Bam, farm my Lightheart. ich glaube wir sind auf dem Weg zu Tanto, man wo führt das dann hin? wir haben kubakamon, gut aber ich bin immer noch neugierig wir waren ja eigentlich schon bei Tentomon sind die Gegner ja noch richtig stark wenn Tentomon Tentomon ist ja nicht stark wenn Tentomon der Gegner hier ist dann wird er das schwächste sein was hier rumläuft die Farm ist überhaupt bereit oder was? ah und das führt dann in die andere ah ja jetzt verstehe ich ja das führt auf die andere Seite ihr Wutmanns geht nur so langsam tierisch auf den Piss wisst ihr das? so so hm was machst du da? ok Attacke hat machgaugamon keine mehr Alter Noch eine? Uh, gleich eine 3er Uh, eine 3er-Kombo Alter, eine ganz harte 3er-Kombo Arma, Woodmon Sleeper, yeah Keine Kiste wird hier ausgelassen So, und jetzt kann Tentumon Komm Vielleicht machen wir noch ein Level Up vorher, hm? So, der ist weg Und Ja, geht doch So Tentumon ist jetzt geliefert Wie süß ein Tentumon Oh Mann, ohhh Komm, wir boxen mal einfach Der kann eh nichts machen Wow, der härteste Kampf hier Was auch jetzt digitierter So, Investigation fertig Ja, aber den Weg Muss ich wieder zurücklaufen So Was mache ich zuerst Das hier Kriege ich eine Stunbarriere DX Oder das hier Kriege ich ein Farm Expansion Plugin Ich liebe Farm Expansion Plugins Aber vorher Warte mal, erstmal gucken Wo muss ich dann nochmal hin Welches war das? Ah, Eden Community Area Ah, okay Gut zu wissen Aber Mit dem Team, das ich gerade habe Will ich Turnier Bitte Was? Warum? Das ist so sinnlos Ich hoffe, es gibt bald neue Cups Oder so Die hätten ruhig nach jedem Kapitel Einen neuen Cup Machen können Aber naja Nicht genug Digimon Digimon Habe ich Reicht Was? Bin ich Bin ich schon so müde Community Area Ah, da ist er ja So Was willst du von mir? Irgendwas mit Comics Okay Hmm Was heißt, ich muss wahrscheinlich mit dem hier werden? Was hat er gesagt? Go to the entrance of Eden. Entrance of Eden, das ist so eine Art Quiz oder was jetzt? Ah, da will ich sowieso noch hin. Ich muss ja die Antwort nicht richtig haben. Da ist er. Den, den ich hier... So, hast du was Interessantes für mich? Treble, libley, fighter, builder, searcher... Ich suche immer noch diese, womit ich jemanden zum Brainy machen kann. Habe ich sowas vielleicht? Ich kriege ja nicht immer mit, wenn ich ein geiles Item bekomme. Nee, ich habe nichts, womit ich... Na, womit ich halt jemanden zum Brainy mache. Was ist das? Na, na? Ich, 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 ich... Egal was ich rate, ist falsch. So, was jetzt? In Community Area. Mal wieder. Mal wieder. Du bist gut. Ich bin scheiße. Also... Was? Und wen suchen wir hier? Ah, da. Final Quest. Question. The main character in Bakuen Delete, Chokyo Haku, went to school by the name of... One. It's called Sunbruseless. Was? Was? Schildo, no, no. Okay, Pump 2 ist Training vorbei, ich weiß, wo ich nachfahren kann. Ist das nicht Schummeln? Willst du mich verarschen? Ich soll mit dem Keyword jetzt... Ich denke mal in Eden, aber... Gibt es auch einen Buchladen? Ah, ich denke mal nicht, dass ich hier fündig werde. Deswegen gehe ich von hier aus wieder nach Eden. Eden Entrance... Es gibt aber keinen mit einem... Ich verstehe es nicht. Wen soll ich denn fragen? Wo soll ich fragen? Eine Community Area gibt es ja auch keinen mit Schlüsselköppen. Schlüsseldingens über den Kopf. Okay, nochmal. Third Floor. Okay, also doch da draußen. Und ich bin ein Stockweg zu hoch. In the Third Floor. Suchen wir mal ein paar Buchnerds. Ah, die sind natürlich hier auf der anderen Seite. Da. Da. Genau. Da haben wir einen. Da. Wer weiß es nicht. Wer weiß es. Ähm. Kingston 5,8 Wird ich das dann noch weiß? So ich hab's Wow das ist sowas von geschummelt Normalerweise müsste man nur einmal eine Möglichkeit haben zu antworten So was jetzt? Free Area ok Oh das ist eine neue Die ist aber auch noch am bauen Ich hätte aber nicht gedacht dass das mit den Comics Aratas Case ist Wollte ich da noch umsehen Deswegen Ah das Spiel Naja Gameplay ist klasse aber Storytelling Die Story ist ja noch nicht mal schlecht nur das wie sie erzählt wird Please So occult-resiege-clubs may Broadway Have you heard of Ulva Ultra True Puppets? We play our tray bear Was? Puppen Puppen Puppen